Ah, Herr Gute, Mr. Spontiffer hier. Oliver Winslaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, hat ja so einen gewissen Shitstorm abbekommen und hat diese Kritik auch gekontert. Ein bisschen schwachsinnig gewesen. Aber man kann nachvollziehen, denn die Kritik finde ich schon teilweise berechtigt. Der Shitstorm nicht unbedingt, denn das Problem ist wie es entweder Winslaff rübergebracht hat oder wie es von den Medien auch rübergebracht wurde. Ich denke, das ist eine schöne Mischung gewesen. Vielleicht wurde wieder was aus dem Kontext gerissen. Man kennt es oder nur ein Zitat wird genommen und da wird ein Nebensatz weggelassen, der eigentlich noch mit hätte dazukommen müssen, damit man weiß, wie er es gemeint hat. Das ist immer so eine Sache. Wo ich aber RB in Leipzig in Schutz nehmen muss, klar, fuckt es viele ab, dass sie einen Freilust bekommen. Das liegt aber daran, was RB Leipzig ist, was es ein Konstrukt ist. Bei jedem anderen Verein der 15 Mannschaften, die aktuell im 8. die Finale sind, hätte es keine Sau gejuckt. Hätte es keine Sau gejuckt. Nur was RB Leipzig ist, ist es für die alle zur Kacke. Klar, sie haben Glück gehabt mit dem Los, dass das jetzt frei los ist. Ja, ist halt so. Das Glück musst du aber auch haben. Aber würdet ihr euch genauso beschweren, wenn zum Beispiel eine Eintracht dabei wäre, wenn es Leverkusen dabei wäre, oder wenn es, keine Ahnung, Bergamo, Barcelona, oder whatever, dieses Los gehabt hätten. Hättet ihr euch genauso beschwert, wie es jetzt teilweise der Fall ist? Ja, ich kann euren Ärger nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass es Abfakt, dass es ausgerechnet RB getroffen hat. Keine Frage. Völlig nachvollziehbar. Ich kann euch verstehen. Aber trotzdem muss man immer mal die Bälle flach halten, es auch mal mit anderen Augen sehen, sich in andere Leute hineinzuversetzen und vor allem mal belegen, würde ich so reagieren, wenn es ein wenig anders wäre. Ist so die Fragen aller Fragen. Also denkt man darüber nach, wie gesagt, gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare rein. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich sage hier auf jeden Fall Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.